hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der rc bruderbaustelle und ihr seht es geht schon wieder weiter wir bauen weiter an der volksfräse vom onkel phil und ja soweit sind wir bisher gekommen alles wunderbar und ein paar drei druckteile sind schon fertig ich habe jetzt einfach mal grob sortiert was schon da ist was wir schon machen können und ja für die nächsten schritte werden wir ein paar von diesen teilen einfach mal grob vorbereiten damit die dann schon parat liegen wenn wir sie einbauen wollen bzw wenn wir sie brauchen und ich würde sagen wir fangen jetzt einfach direkt mal bei dem motor hier an das ganze sieht so aus das ist der motor der später mal die z-achse also sprich die spinne hoch und runter bewegt und hier habe ich das zeug einfach mal hergerichtet damit das mir aus den füßen ist und b dann später gleich da ist zum einbau wir haben wieder den stepper motor einen nema 23 und wir haben den pulli und wie auch bei den letzten ist es so dass wir den pulli so anziehen dass wir zuerst auf das auf die flache seite drücken das wird zuerst auf die flache seite von der motorwelle die madenschraube anziehen und dann die andere und hier war ja das gleiche thema im endeffekt wie beim anderen schmerz gerade mal hier brauchen wir glaube ich eine mutter noch mit dazu dass ich nicht mehr wenn es im gehäuse drin steckt an diese schrauben hier hinkommen deswegen machen wir das direkt als allererstes also den hier einmal schön festziehen wir wollen ja keine schrift verluste dann am ende haben so kommt das ganze ja dann mal da drauf das heißt wir brauchen jetzt hier einmal die inbusschrauben durchschrauben m4 mal 16 wir brauchen hier die unterlegscheiben die 525 a4 die kommen hier durch und wir brauchen von unten sicherungsmutter m4 die sind hier mit sicherungsmutter die sind hier mit dem gummiring innen drin schauen wir mal da sind sie oder sicherungsmutter m4 so man sollte auch den richtigen nehmen kann, sonst schraubt man sich hier zu Tode. Ich brauche unten noch einen Maulschlüssel, deswegen den hole ich noch schnell. So, ich hoffe der passt, dass wir hier unten etwas gegenhalten können beim Schrauben. Und das ist meine die Sicherungsmuttern, die ziehen hier an. Das heißt man braucht wirklich, man muss gut gegenhalten. Und von der Seite ist halt das Problem, es ist überhaupt so, ja, es ist schon, also der Plan ist schon die Sicherungsmutter unten hin zu machen. Wenn ich dann tatsächlich was nach Plan baue. Gut, so sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben die Platte oben drauf, der Pulli ist dran und das heißt, dieser Part ist hier abgehakt. Hier kommt später noch der Riemen drüber, der kommt hier noch hin. Und auf der anderen Seite dann der Pulli an die Umlaufspindel, die dann die Achse runterzieht. Das wäre mal der eine Punkt. Können wir schon mal reinhaken. Was habe ich noch hergerichtet? Ich habe mal hergerichtet hier, Führung für Kabelschleppe. Dieses Teil hier. Zeigen uns nochmal 8, 2, 0, 0, 12. Und hier müssen wir die Nutensteine einschrauben. Das heißt, wir haben hier Senkschraube. Und wir haben hier Nutenstein, 6er Steg M5. Und wir brauchen Senkkopfschrauben. Und hier haben wir 5x12, oder? Genau. Senkkopfschrauben 5x12 brauchen wir hierfür. Und dann wird das Ganze einmal von hier. Mit einem Nutenstein versehen. Und einmal von der anderen Seite. Und jetzt hoffe ich, dass ich es dann nachher auch da reinbekommen. Wenn wir das gleich mal, ich glaube, das testen wir gleich mal, ob das überhaupt Sinn macht, die jetzt hier alle hinzuschrauben. Wo kommen die denn hin? Die sind da oben dran. Die sollen hier dann die Kabelschleppe. Ja. Geht das? Oben. Und von unten. Das heißt, die Portallarme muss dafür weg. Also, das stellen wir mal zurück. Das muss ich jetzt erst mir genauer anschauen. Ob ich mich einfach nur zu doof anstelle. Oder ob ich das Video falsch verstanden habe. Also, ich bin eigentlich genau in dieser Reihenfolge auch vorgegangen, wie es erklärt wird. Mit Rahmen und so weiter. Und dann kamen die 3D-Druckteile dazu. Okay. Also, ich stelle das jetzt einfach mal nach hinten an. Und werde mich dessen schlau machen, was oder wie oder... Ob ich jetzt tatsächlich hier das komplette Portal noch mal zulegen muss. Ja, wir werden es sehen. Was habe ich sonst noch hier? Ich habe hier noch... Ja, der gleiche Spaß im Grün. Okay. Die Kamplatten, auch die kommen hier auf das Portal. Aber ich kann auch die Nutensteine... Also, das macht mich jetzt echt wahnsinnig. Ich kann auch die Nutensteine hier jetzt nicht... So einlegen, dass ich die dann nachträglich da reinfutzle. Also, geht das? Tatsächlich. Ah! Gut, dass ihr es probiert habt. Ah, jetzt kriegen sie wieder raus. Ich kann den, wenn ich den schräg ansetze, kann ich den irgendwie da schräg reinbekommen. Okay. Ich nehme alles zurück. Ich habe ja schon erwähnt, ich habe noch nie mit Nutensteinen gearbeitet. Aber, dann müssen wir die Nutensteine zuerst in diese Schiene einführen. Ja, dann können wir das nachher auch am Tisch direkt machen. Wenn wir die sowieso einzeln da eintriemeln müssen. Dann legen wir die ganze Sache doch mal herüber. Das hier auch, das werden wir auch... Ah, das machen wir ja hier. Zack! Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Ich dachte mir jetzt, ach du Kacke, ich muss hier das ganze Portal wieder zerlegen, damit ich die Nutensteine mit da einfädeln kann. Aber, wenn man die vorsichtig da oben rein schnackelt, dann geht das. Gut. Was haben wir hier sonst noch? Wir haben hier noch den Endschalter. Ja, beziehungsweise den Sensorhalter. Der wird genauso da angebracht. Sind das übrigens alles... Hier brauchen wir die Inbus-Schrauben 5x12, aber ansonsten ist es eigentlich genau der gleiche Spaß. Ja, den werden wir jetzt auch einfach mit dazu legen. Hier muss man nur den Sensor dann noch einschrauben. Machen wir auch mal hier mit dazu. Ich habe hier schon ein bisschen was dazu gelegt, und zwar hier einmal Kabelösen, und einmal die Halterungen an den Seiten für das Band, für x, y, z, z ist hoch runter, dann müsste es sein x, meine Güte, für die x-Achse. Okay. Das hier haben wir ja erledigt. Und, ja, soweit war es auch schon erstmal wieder an Vorbereitungssachen. Denn, ich warte ja nach wie vor auf die Ein-Nied-Muttern, oder beziehungsweise auf die Einbrenn-Gewinde, und solange die nicht da sind, kann ich mit den anderen Druckteilen nicht weitermachen. Und, ja, ich guck mal, welche Schritte wir jetzt machen, vielleicht bauen wir auch gleich um, und machen gleich das Zeug, dann seht ihr auch direkt das Thema mit diesen Nutensteinen. Ich baue hier kurz um, und dann sehen wir uns gleich wieder. Einmal kurz gedreht, und schon sind wir wieder da. Wir schauen jetzt von hinten auf das Portal, und jetzt zeige ich euch das Thema mit diesen Nutensteinen, wo mich hier jetzt gerade so ein bisschen komplett irritiert hat, denn diese Nutensteine, die passen ja in diese Nut. Und bisher bei allen Sachen wurden die einfach von vorne hier reingefädelt, und so halten die ja auch. Das heißt, sie können ja nach oben nicht weg, das heißt, normal fädele ich die hier ein, und schraube die dann fest. Klare Sache. Jetzt habe ich aber hier die Portalwange dran, das heißt, ich bin jetzt davon ausgegangen, ich muss die nochmal wegmachen, um da die Steine reinzustecken. Was sich aber herausgestellt hat, ist, ich kann die hier seitlich einfach reinschmeißen, ich zeige euch das mal, ach, ich mach das jetzt einfach mal hier oben, seht ihr das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ich kann die, wenn ich die hier seitlich nehme, kann ich die hier reinfallen lassen, so, und dann kann ich die vorsichtig ein bisschen drehen, die hat so ein bisschen Spiel hier in der Schiene auch, und dann kann ich die so drehen, dass die tatsächlich drin ist und ich mit der Schraube erreichen kann. Also das ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die da tatsächlich so viel Spiel haben, um solche Sachen hier zu machen, aber man lernt nicht aus, und das finde ich jetzt wieder super. Wir bauen jetzt unsere vier Führungsplatten hier ein, das heißt, ich baue das Spiegelverkehr zum Plan, heißt, hier kommen jetzt die vier Führungsplatten hin, dann kommt eine Halteplatte und nochmal eine Halteplatte, und die Kabelschleppe wird bei mir so rum angelegt, im Plan ist ja im Endeffekt genau Spiegelverkehr. Aber nachdem ja meine Steuerung da drüben steht, will ich das, dass die Kabel im Endeffekt und das ganze Zeug von da drüben kommt, deswegen baue ich das Ganze einmal spiegelverkehrt. Also ich schraube jetzt einmal hier die ganzen Notensteine, haue ich da rein und schraube das dann fest, ich hoffe das funktioniert so. Ja, dauert noch einen Moment, glaube ich. Das sind die Notensteine übrigens M5 und die Senkschrauben M5 x 12, die ich jetzt hier verbaue, und auf dem Plan ist eigentlich relativ gut zu sehen, wie die Dinger hinkommen, wenn die kommen hier so her. Heißt, ich brauche von unten einen Stein und ich brauche von oben einen Stein. Das Ganze machen wir jetzt viermal. Bis zum nächsten Mal. geht relativ gut überraschend gut sogar aber natürlich wenn ich jetzt hier sagt hier unten drin ja hätte ich das vorher gehabt hätte ich da wahrscheinlich die dinger vorher eingebaut bevor ich das portal zusammengebaut habe aber ihr seht es funktioniert jetzt kommt der sensorhalter den baue ich auf der seite drüben ein funktioniert im endeffekt genauso hier haben wir eingebaut der sensorhalter der wird hier auch noch mal eingebaut und das haben wir sonst noch so die kamplatten die kamplatten kommen daher kamplatten brauchen im endeffekt genau das gleiche auch wieder m5 x 12 senkkopfschraube und einen nutenstein und die kommen hier von hinten gesehen auf die untere schiene auf die vordere nut also sprich hierher dazwischen drin ist halt ein bisschen grottig zum schrauben aber meine güte so die mut in die richtung also irgendwie so der hat sich jetzt nicht so hingedreht wie er soll freut dich nicht das hat oben super funktioniert das waren alle drei dann haben wir hier auch schon abgehakt das war schön schön wenn das material weniger wird und die fräse dafür mehr freut mich immer ich werde ich mal so hindrehen damit wenn ihr einmal die seite hier seht und vor allem auch den sensor noch schnell den wollen wir auch noch montieren ich glaube den schrauben auch gleich noch dahin den hole ich noch schnell und dann haben wir nämlich eigentlich alles oder fast alles hier angebracht was wir momentan schon mal vorbereiten können wie gesagt ein paar sachen sind noch im druck wie zum beispiel so die abdeckungen hier vorne aber wir haben eh noch keine bänder dran deswegen was soll ich abdecken und dann fehlen eben noch diese einigen muttern dass man ja die letzten zwei teile hier oben auch noch festmachen können genau ich drehe nochmal dann machen wir die andere seite auch noch gleich fertig und es geht auch gleich weiter ich habe mal den endschalter hier nochmal geholt diesen näherungssensor hier einmal in den in die halterung mit einschrauben warum nicht viel schrauben der passt perfekt jetzt brauchen sie hier also der soll 14 millimeter unten rausragen brauchen wir noch schnell die schieblehre und dann können wir den eigentlich auch schon fast so perfekt einstellen 13 fast wie ausgenossen 8 2 wird über die schraube eingestellt unten übrigens ich glaube das ist je nachdem wo ich messe so sieht er aus ich hole nochmal schnell einen schlüssel und dann ziehen wir den einmal ein bisschen an damit er uns auch ja nicht auskommt der hier kommt jetzt auch hier rein und hier brauchen wir im endeffekt steht da drauf wir brauchen in busschrauben fünf mal zwölf zwei stück und zwei unterschiedliche scheiben in 125 und wer hätte es gedacht wir brauchen nochmal zwei nuten steine ob der jetzt weiter links oder weiter rechts kommt weiß ich jetzt aktuell nicht ich glaube relativ mittig weil da kommt dieser halteblock rein wo dann die schraube reinkommt aber auch hier brauche ich diese diese hülsen hier auf die seite und auf die andere seite kommen einmal diese halterungen hier kommt wird nachher das band eingelegt und fest gespannt das kommt auf beide seiten wird befestigt mit 4 x 16 in busschrauben 5 x 12 also hier haben wir beides die zylinderschrauben 4 x 16 und die unterlegscheiben die 125 a 4 und ich schätze auch damit wird dieser kabelhalter festgemacht der hier unten hinkommt es steht allerdings da nichts dabei aber ich nehme einfach die gleichen schrauben und hoffe dass sie dann trotzdem reichen ansonsten das teil ist natürlich wahnsinnig schnell nochmal weg gemacht oder die schrauben getauscht weil kein anderes bauteil mehr drüber geht ich werde die auch nur ganz grob befestigen also das heißt ganz grob befestigen ich werde die hier unten die kabel also hier geht mal nichts mit 4 mm rein das heißt hier werden wahrscheinlich die fünf noch mal benötigt schau mal hier oben ja also hier passt hier steht es ja auch dran m4 x 16 ich lasse das wie gesagt relativ weit weg denn es muss hier auch noch das band dazwischen und gespannt werden und das muss ich dann auch noch durchpopeln aber dann sind die bauteile schon mal dran und gehen nicht mehr verloren und ich weiß wie weit ich aktuell bin und später brauche ich nur noch das ding durchziehen das mache ich jetzt einmal hier und einmal auf der anderen seite so sieht das ganze dann aus es hat lange löcher das heißt man kann hier dann es einspannen und dann nochmal nachspannen ich schau gerade mal die öffnung ist auf beiden seiten baugleich das hat so eine riffelung wo dann das band einhakt hier unten werden wir es jetzt probieren mit den 5 x 12 und der beilagscheibe weil die eben hier gerade liegen und weil ich von denen noch welche habe aber sie stehen wie gesagt hier nicht angeschrieben zumindest auf diesen pläne deswegen weiß ich nicht wird schon passen ansonsten muss ich halt noch mal tauschen das ist jetzt hier diese kabelöse oder kabelhalter oder wie es auch immer heißen mal die schrauben wir unten hin gut die sachen sind auf beiden seiten dran und ich überlege mir nochmal die nächsten schritte und guck was wir noch machen können gleich in diesem rutsch da bin ich wieder und ich habe mich etwas schlau gemacht denn ich bin hier mit den plänen ein bisschen im strauchen gekommen und ihr wisst ich bin hier auch ein bisschen planlos natürlich habe viele sachen auch noch nie in der hand gehabt es ist natürlich einfacher für jemanden der das immer oder beziehungsweise schon öfters gemacht hat oder auch entwickelt hat der greift natürlich ganz standardmäßig immer auf dieselbe schraube zurück oder ähnliches das mache ich hier nicht soweit sie jetzt aufgebaut ist ist in den videos ja alles wunderbar erklärt was auch noch in den videos ist die ich euch wieder verlinke natürlich ist das thema schleppkette ist das thema hier endabschläge hier kommen diese winkel hin die ich allerdings auch noch nicht habe und dann kommen hier die bänder rein die bänderführung und dann habe ich jetzt mal die videos durchforstet und nochmal durchforstet aber ich sage jetzt einmal die versprochene erklärung für die kamplatten habe ich irgendwie nicht gefunden und dieser aufbau was jetzt hier drauf kommt mit der platte wo dann der motor befestigt wird das ist im endeffekt in dem nächsten video ist schon alles montiert wir haben pläne allerdings bei den einen habe ich euch immer wieder gezeigt beziehungsweise die unterlagen sind ja immer viele einzelpläne mit drin hier gibt es im endeffekt einen großen wo alles drauf ist und hier noch die teile liste ja durch das dass das so modular bzw schichtweise aufbaut ist es hier etwas schwieriger deswegen habe ich hier wirklich nochmal in die step datei gucken müssen welche schraube wohin gehört die hier nicht ganz da ist bzw wie rum vor allem auch das lager hier alles eingebaut wird denn wie gesagt ich hatte das noch nie ich kenne mich damit echt nicht aus und bin da alleine und weiß nicht wie rum lager hingebaut werden deswegen habe ich danach schauen müssen und deswegen möchte ich euch das auch kurz zeigen also warum liegt der motor noch hier diese platte kommt ja später hier vorne drauf und ich möchte diesen diese kinder spindel hier verbauen das problem ist die kinder spindel die ich habe passt von den bohrungen her nicht drauf das heißt ich habe das mitnehmen müssen und habe hier schon mal die bohrungen für die spindel machen müssen warum erzähle ich euch das damit es euch nicht so geht wie es mir wahrscheinlich sonst ergangen wäre das hier alles montiert und dann feststellt hoppla die spindel passt gar nicht und dann das ganze wieder wegschrauben müsst und es sind ein paar schrauben ja wir fangen jetzt einfach an mit den einfachsten Sachen das heißt hier kommen einmal die zwei Führungen hin die kommen hin mit den schrauben M5x16 dann würde ich sagen das machen auch gleich glaube ich drehe euch rum wobei die kommt besser hin kommen glaube ich von der anderen seite besser hin gut so sind die schienen jetzt drauf und jetzt kommen wir zu diesen Lager beziehungsweise zu dieser Kugelumlaufspindel und das haben wir hier alles bestellt nach dem nach Anleitung wir haben bestellt einmal ein Festlager BK10 wir haben bestellt das Gehäuse das hier ist diese Umlaufspindel und das ist das Loslager so und jetzt geht es eigentlich schon los dass ich zwar hier im Plan ganz grob habe wo was ist aber nicht wie rum es ist noch eine Mutter mit dabei und es ist noch ein Sicherungsring mit dabei und ja jetzt habe ich mich wirklich den Plänen entsprechend bedienen müssen wie rum das ganze zusammengebaut wird und im Endeffekt geht das so rum unten habe ich jetzt diesen Teil wo der Sicherungsring hinkommt dann habe ich hier das Lager oben sind die Schrauben und dann habe ich hier oben eine freie Fläche das Gewinde und nochmal eine freie Fläche das ganze wird jetzt hier so eingebaut und zwar laut den Plänen wie folgt wir haben hier einmal diesen Halter und jetzt muss ich gerade mal schauen die haben da ist alles frei also der hat hier nämlich so ein Loch und dieses Loch ich weiß nicht ob es wichtig ist aber das war auf dieser Seite das kommt jetzt hier rein und die Bohrungen nach vorne und jetzt ist es so dass hier Schrauben reingehören und zwar M4x16 ich glaube wenn ich das ganze jetzt einmal nach oben schrauben tue ich mir einfacher ich schraube das mal und holt gleichzeitig auf dem anderen Bett weil dann kann ich das ganze schnell mit dem Akku hier rein schrauben also M4x16 Zylinderschrauben dann haben wir sechs Stück ich gehe mal schwer davon aus dass es hier nur rum geht dass der Lagerblock natürlich nicht mehr dreht dass es fest miteinander verbunden ist ich bin hier dick eingepackt denn wir haben gerade mal sechs Grad hier drin deswegen ist das Arbeiten mit Metall in den Händen natürlich gleich nochmal viel spaßiger so also das haben wir hier rein gedreht so sieht das ganze jetzt aus das hier kommt nach vorne hier kommt nachher die Platte hin ich drehe es mal ein bisschen runter irgendwo in die Mitte keine Ahnung jetzt haben wir unten kommt das dieses BF10 dieser BF10 Lagerblock hin und oben kommt der BK10 und hier habe ich im Plan nachschauen müssen laut Plan kommt dieses geschraubte diese geschraubte Platte nach oben steht dann die Schrift auf dem Kopf in meinem Fall ob das immer so ist das weiß ich nicht und hierfür werden verwendet 6x40 Zylinderschrauben und zwar alle die wir haben genau diese sechs Stück und dann schraub mal unten zuerst fest glaube ich also wie hier genau der Plan aussieht weiß ich nicht ich muss ja hier den Sicherungsring einziehen also das ganze kommt ja hier rein und hier muss dieser Sicherungsring reingedrückt werden das ist die Frage habe ich hier eine Sicherungsring Zange irgendwo rumfahren ich suche mal schnell eine ich glaube die sieht ganz gut aus die sollte funktionieren dann machen wir den doch zuerst drauf jawoll naja ob ich es gelernt hätte also so sieht das ganze jetzt aus heißt wir haben hier unten das Lager hier unten ist dieser Sicherungsring drauf dann kommt die Welle und das ganze schrauben wir jetzt einmal hier so an mit den Schrauben ich sag nochmal M6x40 einmal links einmal rechts und jetzt kommt oben hier das Festlager BKC oben drauf und da wie gesagt weiß ich jetzt nicht wenn wir mal gucken in der Anleitung stammt wie gesagt mit dieser Metallplatte hier nach oben eher wollen so passt es auch mit den Löchern also die Platte muss nach oben und hier ist halt jetzt der Aufdruck falsch von interessiert keinen sieht nachher auch keiner mehr funktionieren muss es am Ende funktionieren muss es am Ende so lange Rede kurzer Sinn es ist wahnsinnig simpel eigentlich wenn man sich dessen sicher ist was man tut wie gesagt ich hatte vorher keine Ahnung und ich habe das jetzt alles nachschauen müssen wahrscheinlich schüttelt das andere Maschinenbauer einfach aus dem Arm bei mir ist das leider nicht der Fall so die hier kommt hier oben drauf und die hat hier eine Madenschraube an der Seite ich gucke gerade mal wo wir etwas passendes haben da kann man die hier festschrauben und sichern dann kommt es nicht mehr weg so viel dazu hier oben kommt der Pulli drauf ihr habt einen mit einer größeren Bohrung müsste eine Achterseite und der kommt hier oben drauf hier gibt es keine flache Seite wir haben ja keine Motorwelle in dem Fall hier deswegen spielt es fast keine Rolle glaube ich und ich schraube das jetzt einfach mal hin dann werden wir schon sehen wie es ausschaut ich schraube es jetzt einfach mal auf der Höhe fest ob das die Endhöhe ist weiß ich jetzt noch nicht das sehe ich dann wenn ich endlich da hinten den Motorträger hinbauen kann wenn die letzten Teile da sind aber ich glaube so schlecht schaut das gar nicht aus hier jetzt wollen wir noch die Platte vorne montieren wo der Motor dran kommt und wenn ich die jetzt hier hin schrauben würde dann würde die hier vermutlich nicht ganz passen ja wobei die würde tatsächlich passen schauen wir mal wir nehmen mal so einen Schlitten dazu das Abstandshalter ne also für diese Lage brauchen wir dieses schöne Stück das bei den Frästeilen dabei war habe ich mich schon gefragt was denn das ist und das wird hier mit angeschraubt das kann man gucken fehlt hier irgendwas 4 x 16 Gehäuse Flansch also hier steht wieder ja welche Schrauben hier genutzt werden weiß ich nicht ich schätze mal M5 x 20 ich habe hier M5 x 16 die brauchen wir noch für die Lager hier und die gehen mir allerdings hier irgendwie gerade aus deswegen habe ich irgendwo falsch welche verwendet ich weiß wo noch 4 Stück sind nämlich an den Kabelhaltern aber ob das die sind oder ob das die nicht sind das weiß ich nicht hier werde ich jetzt mal die M5 x 20 nehmen ich habe da doch gar nichts hingeschrieben denn wenn ich jetzt hier durch gehe Moment so ich nehme jetzt hier mal M5 x 20 dann habe ich jetzt hier noch so viel Gewinde dass das hoffentlich da drin greift ich weiß nicht welche ich hier noch habe M5 x 25 hätte ich jetzt hier noch zur Auswahl 4 Stück das könnte auch M5 x 25 sein weil ich genau 4 Stück brauche 9 5 6 5 4 9 Also ich würde jetzt mal grad tatsächlich behaupten wir nehmen die hier weil M6 x 24 Ich gucke gerade ob ich die irgendwo anders hier angezeichnet habe. Ne, die stehen also tatsächlich nicht drauf auf dem Plan. Deswegen werden wir die jetzt hier einfach verbauen. Im schlimmsten Fall wird es eine Erfahrung. Ihr werdet die kleine Unterbrechung bemerkt haben. Ich wurde zu wichtigen Dingen gerufen deswegen. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja hier weitermachen. Das heißt, soweit haben wir das Ganze ja jetzt schon mal gebaut mit den Lager. Und jetzt geht es im Endeffekt darum, dass wir hier diese Platte anbringen wollen. Und ich habe diese Unterbrechung natürlich auch gleich noch genutzt, zu gucken, welche Schraube wir hier verwenden. Und einmal haben wir dieses Bauteil hier, dieses Zwischenstück, das kommt hier hinten in die Mitte. Und dann schrauben wir das Ganze hier dran. Und dafür nehmen wir die Schrauben DIN 9x12 5x20. Ich hoffe, die passen da durch. Jawoll, das passt. Da passen alle nicht. Da ist er. Dann schrauben wir das Ganze dran. Ich gehe wieder auf die andere Seite. Als Rechthänder tue ich es wieder leichter. Die haben alle hier drin, die vier. Und jetzt kommen hier noch die Löcke hier rein. Und da mache ich es jetzt einfach so, dass ich die hier einfädel. Ich muss gerade gucken, wenn ich ganz unten oder unten bin. Gucken wir mal an die Schraube. Ich glaube schon. Also ich kann das ja jetzt hier oben runter drehen, um die Führungsschienen hier noch festzuschrauben. Denn das hatte ich auch noch nicht. Aber wir nehmen hier für die Blöcke im Übrigen auch die 5x20er Schrauben. Zumindest dauernd klar. Ich hoffe, die gehen dann auch da ganz rein. Aber schaut gut aus. Dann haben sie alles die gleichen. Habe ich die da ausgelehrt. So weit, so gut. Das ist jetzt hier schon mal alles. Und das einzige, was jetzt hier noch fehlt, ist einmal hier kommt noch eine Halterung für die Gegenschraube von dem Sensor, also sprich für den Endstab, hier hinten hin. Und ich glaube, ansonsten war es das im Großen und Ganzen auch schon auf dieser Seite hier. Hier kommt jetzt noch der Motor hin. Der wird befestigt bei mir mit, ach, was haben wir denn hier? Ach nee, Moment. Das sind 6x40, 9 Zwischenplatte. Super. Also ich schau mal, welche Schrauben ich hier nehme. Sind 6er Gewinde drin, die ich hier auch gebohrt habe. Und dementsprechend wird jetzt hier der Motor angebracht. Und dann schauen wir mal, wie es hier dann weitergeht, wenn die restlichen Teile da sind. Habt mich auf jeden Fall gefreut, wenn ihr wieder mit dabei wart. Und wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo natürlich auch. Das freut mich immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Was wir dann machen, hängt ein bisschen von den Teilen ab. Aber ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.